D-Moll wird gleich eine deiner leichtesten Übungen sein, denn wenn du dieses Video hier zu Ende geschaut hast, dann werden dir bei der D-Moll-Tonleiter nie wieder die Finger ausgehen. Du wirst das alles locker rauf und runter spielen können und du wirst vor allem auch die Akkorde von D-Moll locker in jeder Lage spielen können. Erstmal herzlich willkommen hier auf meinem Kanal piano.university. Mein Name ist Gordon November, ich bin Autor des Buches Tonartenmeistern ohne Noten und Gründer von Piano University, deiner Adresse Nummer 1 für intuitives Klavierspielen. So und los geht's! Gordons Lieblingsessen ist Pizza. Genau, wir werden D-Moll heute in drei Schritten bezwingen. Zuallererst werden wir mal kurz einen Blick ins Buch werfen. Wir werden uns die richtigen Tasten anschauen und auch den zugehörigen Fingersatz, dass du das locker rauf und runter spielen kannst. Dann werden wir im zweiten Schritt den D-Moll-Akkord bzw. den D-Moll-Dreiklang uns auf dem Klavier anschauen. Und im dritten Schritt wirst du dann bereits in der Lage sein, die D-Moll-Tonleiter locker rauf und runter spielen zu können. So, dann lass uns zuerst mal einen Blick ins Buch werfen. Im Buch findest du eine Seite mit dem Quintenzirkel. Falls du den Quintenzirkel noch nie gesehen hast oder nicht weißt, was das ist, hier unten habe ich ein Detailvideo für dich. Ist im Moment nicht wichtig, kannst du aber nach dem Video, nach diesem Video hier anschauen. Da erkläre ich dir wirklich mal im Detail, musiktheoretisch, wie das ist, aber trotzdem auch leicht verständlich, dass du es für immer verstanden hast. Im Moment reicht dir mal die Info, dass der Quintenzirkel ein Tool ist, mit dem du die Schwierigkeit einer Tonart einordnen kannst. Und insbesondere bei Notenspielerinnen und Notenspielern ist der Quintenzirkel hoch gefürchtet, denn die einfachen Tonarten befinden sich oben. Also C-Dur ist für die noch cool. Und weiter unten, C-Dur möchte von denen keiner mehr spielen. Jetzt nicht unbedingt, weil C-Dur eine besonders schwer zu spielende Tonart ist. Also wenn du hier schon ein bisschen auf dem Kanal warst, dann wirst du sehen, dass C-Dur eigentlich ganz einfach zu spielen ist. Aber wenn du es nach Noten spielst, dann findest du eben da zig Bs und Sonderzeichen hier in C-Dur drin und dann haben die meisten schon keine Lust mehr, das zu spielen. So, aber Preisfrage, wo befindet sich jetzt D-Moll? Genau, D-Moll befindet sich, puh, auch für Notenspieler ganz hier oben Richtung 12 Uhr. Also D-Moll ist per Definition eine recht einfach zu spielende Tonart. Warum ist das so? Du siehst hier, das ist ein bisschen ein spezieller Quintenzirkel, den ich designt habe für Piano University. Es ist nur eine schwarze Taste im Einsatz. Genau, also normalerweise siehst du hier Kreuze und Bs im Quintenzirkel. Ich habe darauf verzichtet. Ich habe hier einfach die schwarzen Tasten eingezeichnet und dann siehst du, du hast eine schwarze Taste. Und falls du bereits F-Dur beherrschst, dann kann ich dich auch beruhigen. D-Moll ist nämlich die parallele Moll-Tonart von F-Dur und die teilen sich die identische schwarze Taste. Und welche schwarze sich diese beiden Tonarten teilen, das siehst du jetzt hier. Das ist nämlich das B. Hier oben siehst du es, das B. Das spielen wir mit dem dritten Finger. Ansonsten bist du hier auf den weißen Tasten unterwegs. Genau, und deswegen können wir uns auch hier mit dem normalen Fingersatz hier weiterhelfen, den du für alle Tonarten normalerweise verwenden solltest. Ausnahme, du würdest mit dem Daumen auf einer schwarzen Taste landen. Dann muss man es ein bisschen umbauen. Aber hier siehst du, das ist der normale Fingersatz, den wir immer verwenden. Also wir starten mit dem ersten Finger, machen dann weiter mit dem zweiten, dritten, untersetzen und spielen dann eins, zwei, drei, vier, fünf, bis uns dann die Finger ausgehen. Hier unten findest du auch noch mal die Noten von dieser Tonleiter. Da siehst du, da ist nur ein B drin. Also, ja, falls du jetzt Notenspielerin oder Notenspieler bist, du findest hier in diesem Buch zu allem auch Noten. Denn ich war ja selber auch mal Notenspieler oder kann es immer noch. Dann verzichte einfach nur meistens jetzt drauf, weil ich es nicht mehr brauche. Dann haben wir hier den D-Moll-Dreiklang. Den spielen wir ganz easy mit dem ersten, dritten und fünften Finger. Schauen wir uns gleich noch mal im Detail auf dem Klavier an. Keine Sorge. Dann in der ersten Umkehrung spielen wir das mit dem ersten, zweiten und fünften Finger. Das ist auch in jeder Tonart ähnlich. Und hier die zweite Umkehrung spielen wir mit dem ersten, dritten und fünften Finger. Jetzt wie immer kurz die Frage, um mich abzusichern. Hey, hast du es bis hierher verstanden? Ich weiß, das war jetzt eine Menge Informationen auf einmal. Lass mich einfach hier kurz wissen. Schreib mir einen Kommentar hier runter. Hey, hab irgendwas nicht verstanden oder schreib da eine Frage rein. Dann kann ich dir in den Kommentaren weiterhelfen. Und vor allem merke ich dann auch so, okay, wo kann ich in Zukunft Dinge besser erklären? Dann werden auch die Videos für dich hier auf dem Kanal immer besser. Also deswegen bin ich ein bisschen auf deine Hilfe angewiesen. Oder wenn du sagst, hey, cool, ich habe alles verstanden, dann schreibe einfach hier, hab es verstanden. Oder hey, bin wieder hier, wir kennen uns schon. Falls wir uns noch nicht kennen, schreibe mir doch gerne auch, wer du bist, was du machst, wie du so spielst und was so, wie ich dir so weiterhelfen kann auf dem Kanal. Also schreibe mir das gerne hier drunter. Dann werden auch die Videos immer besser, mit einem besseren Mehrwert für dich. Cool. Dann würde ich aber sagen, lass uns doch weitergehen zu Schritt 2, sobald du soweit bist. Gut. Also wir schauen auf die Tastatur und wir spielen jetzt den Akkord. Der D-Moll-Dreiklang hat den Grundton. Genau. D. Das war einfach. Und wir setzen jetzt die Terz da drüber. Also eine Terz, das ist ein Dreiton-Abstand. Also ein Intervall nennt man das. Terz, Terziär, 3. Falls dich Intervalle im Detail interessieren, findest du hier unten auch nochmal ein Video, wo ich dir die Intervalle im Detail erkläre. Also das bringt dich auch beim intuitiven Klavierspielen viel weiter und macht es auch wesentlich einfacher, wenn du Intervalle kennst. Aber für den Moment reicht dir das. Das hier ist eine Terz, Dreiton-Abstand. Und hier setzen wir die Quinte drüber, also einen Fünfton-Abstand. Und dann haben wir hier den D-Moll-Grundakkord in der Grundstellung. Dann können wir hier das D nach hier oben schaufeln und haben dann die erste Umkehrung. Und das spielen wir ein bisschen anders. Das spielen wir hier mit dem Daumen, Zeigefinger und der Kleinefinger, also 1, 2, 5. Und dann können wir das noch einmal umbasteln und bringen hier das F nach oben und haben dann hier die zweite Umkehrung. Und mehr Umkehrungen gibt es nicht. Warum? Richtig, wir haben nur drei Töne zur Auswahl und das ergibt eben nur Material für drei Umkehrungen. Genau, hier oben sind wir nämlich dann wieder in der Grundstellung, falls wir den Akkord hier nochmal umbauen würden. Dann sind wir wieder in der Grundstellung. Gut, ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Falls das Ganze ein bisschen schnell war, dann kannst du das Video gerne in deiner Bibliothek abspeichern. Dann schläfst du nochmal eine Nacht drüber, guckst es dir morgen nochmal an und spätestens übermorgen, wenn du nochmal drüber geschlafen hast, wird das Ganze hier runtergehen wie Öl. Okay, dann lass uns weitergehen zu Schritt Nummer drei. Und zwar, wir spielen die Tonleiter von D-Moll auf dem Klavier. Und ich würde sagen, lass uns nochmal kurz hier ins Buch reinschauen und uns den Fingersatz anschauen. Also wir starten mit dem ersten Finger auf dem D, spielen dann weiter mit 2, 3 und dann 1, 2, 3, 4. Und der dritte Finger, der befindet sich dann eben auf dem B hier. Das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Wirst du sehen, dass das Ganze wirklich locker flockig zu spielen sein wird. Gut, wir starten mit dem Daumen und spielen jetzt 1, 2, 3 und untersetzen jetzt mit dem Daumen. Das siehst du jetzt hier und landen jetzt hier ganz einfach auf dem G und haben jetzt wieder eine lockere Handstellung und spielen jetzt weiter hier nach oben. Wir nehmen jetzt hier mit dem dritten Finger das B mit. Hier sind wir wieder beim C. Und hier könnten wir jetzt mit dem kleinen Finger aufhören. Dann müssten wir aber auch aufhören. Aber wenn du sagst, hey, ich will hier noch weiterspielen, dann müssten wir jetzt hier mit dem Daumen untersetzen. Also wir gehen jetzt wieder mit dem Daumen drunter und sind jetzt hier mit dem Daumen. Das ist eine recht weite Streckung und sind jetzt hier auf dem D. So, genau. Und ja, die Kunst liegt jetzt einfach, dass du hier deine Sehnen gerade lässt. Also falls du es hier schon ein paar Mal gesehen hast, dann wird dir das bekannt vorkommen. Also bitte hier keine Knicke irgendwie reinmachen oder so. Also es ist wichtig, dass du am Klavier immer die Sehnen gerade lässt. Das ist wirklich super wichtig. Also keine Verbiegungen so irgendwie machen und den Daumen so verrenken, weil dann gehen die Sehnen um die Ecke. Und das ist, wie wenn du ein Seil um die Ecke ziehst. Irgendwann reißt das Seil bei den Sehnen. Ist es zum Glück nur eine Sehnenscheitentzündung, aber das ist trotzdem ätzend genug. Also wirklich vermeide das und bleib hier immer gerade. So, und den Trick, wie du immer gerade bleibst, den verrate ich dir jetzt. So, wir starten hier. So, und jetzt sollten wir untersetzen. Und was du jetzt machst, jetzt nimmst du den Ellbogen und du gehst mit dem Ellbogen raus. Und du siehst schon, wie sich hier unten jetzt die Hand ändert. Also wenn ich jetzt den Ellbogen hier reinmache, dann habe ich einen Knick hier in der Hand. Ellbogen rein, Knick in der Hand. Wenn ich aber hier mit dem Ellbogen rausgehe, so, dann siehst du, dass sich die Hand jetzt schon ergonomisch, also kannst du hier nochmal schauen, wie sich die Hand ergonomisch für den Daumen in Richtung D bewegt. So. Und dann kannst du hier wirklich ganz einfach mit einem Millimeter, eigentlich brauchst du gar nichts zu machen, du lässt einfach den Daumen fallen und bist sofort auf dem D, automatisch. Das geht nur, wenn du hier mit dem Ellbogen rausgehst. So, und wir spielen jetzt mal ein bisschen weiter. Und jetzt wirst du sehen, dass wir hier mit dem Ellbogen, dass das auch nichts mehr bringt, wenn der Ellbogen raus ist. Also das bringt immer noch mehr, wie wenn wir so machen. Aber du kannst mit dem Ellbogen jetzt nicht mehr weiter rausgehen. Das heißt, wenn du die Tastatur jetzt weiter nach oben bearbeitest, dann gehst du mit der Schulter mit. So. Und bist mit dem Kopf immer ein bisschen über der Hand. So. Und dann merkst du, der Ellbogen geht jetzt noch weiter und dann kannst du hier weiterspielen. Das siehst du auch bei Lang Lang und diesen ganzen klassischen Pianisten. Die gehen hier so mit. Nicht, weil das irgendwie cool aussieht oder so, sondern die machen das einfach, weil es ergonomisch ist. Die beschützen die Muskeln hier drin. Weil wenn sie hier einmal was Falsches machen und sie hier um die Ecke spielen, dann fehlt ihnen die Kraft hinten raus im Stück. Dann fangen sie an zu eiern oder was auch immer. Oder wenn sie ein ganzes Konzert spielen, dann haben sie einfach die Muskeln überanspricht. Das ist wie bei einem Marathonläufer, der am Anfang irgendwie einen Kilometer lang gehüpft ist oder so. Das macht auch keiner, sondern man spielt wirklich ergonomisch darauf und runter. Genau. Und wenn du jetzt von oben nach unten spielst, dann starten wir mit dem fünften Finger. Ellbogen bleibt draußen. Fünfter Finger. Gehen jetzt hier mit dem Mittelfinger über den Daumen drüber und schieben jetzt einfach hier die Hand drüber. Ellbogen bleibt so und wir schieben die Hand drüber. Wir machen keine Gelenkbewegung oder sonst was. Also das Handgelenk bleibt, wie es ist. Wir schieben das rüber und landen hier drauf. Und jetzt hier schieben wir das Ganze noch weiter drüber. Jetzt müssen wir nämlich mit dem vierten Finger auf dem C landen. So. Schieben das so drüber und landen jetzt hier optimalerweise da vorne irgendwo mit dem vierten Finger. Und das alles, was du jetzt noch machen musst, ist einfach die richtigen Töne zu spielen. Das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, aber das Hauptproblem ist immer die Finger eigentlich zu ordnen. Aber du wirst feststellen, die Finger zu ordnen ist kein Problem. Du musst jetzt nur noch wissen, okay, hier kommt das B. Also gut, B bitte mitnehmen. Es geht dann weiter. Und das war's. Vierter Finger B mitnehmen. So. Dann wirst du feststellen, das Ganze jetzt kannst du drüber laufen, wie so eine Katze, die übers Klavier täpselt. Das wird für dich kein Problem mehr sein. Gut. Also, wenn das Ganze ein kleines bisschen zu schnell ging, ist vollkommen klar, speichere dir das Video in deiner Bibliothek ab, komm morgen nochmal zurück, schlaf heute mal drüber, probiere es morgen nochmal. Und dann, wenn du übermorgen zurückkommst und es nochmal anschaust, dann wirst du sehen, das Ganze, das wird wirklich richtig gut funktionieren. Wie immer der Hinweis, du wirst vermutlich trotzdem irgendwann feststellen, wenn du mal einen anderen Song in D-Moll spielen willst, dass es recht wenige Songs gibt, die aus der D-Moll-Tonleiter ausschließlich bestehen. Denn eine Melodie, die besteht nicht aus einer Tonleiter, sondern eine Melodie macht ja irgendwie, also einfach was Schönes. Und sie besteht auch nicht nur aus dem Grundakkord. Also nicht mal Alle meine Entchen würde in der traurigen Version nur mit dem Grundakkord auskommen, sondern dann bräuchtest du hier noch irgendwie einen anderen Akkord mit dabei. Genau. Also, was ich damit sagen will, wenn du oder falls du in D-Moll nach wie vor unsicher sein solltest und immer mal wieder daneben langst, wenn du einen Song in D-Moll spielst, dann ist das leider normal. Also mir ging das immer so früher. Ich habe das nicht mal auf diese Art hier gelernt, sondern ich habe es wirklich über Noten gelernt und super kompliziert einfach. Und ich habe jahrelang immer noch in die falschen Töne reingelangt. Ich habe mich auf der Bühne blamiert. Ich habe mich geschämt. Ich wollte einfach in bestimmten Tonarten nicht spielen. Und das alles hat sich erst geändert, als ich das intuitive Klavierspielen kennengelernt habe. Und ich habe dann festgestellt, dass in einer Tonart wirst du einfach erst richtig fit, wenn du nicht nur die Tonleiter beherrschst. Das ist zwar Voraussetzung, das ist gut, wenn du das kannst. Aber noch viel wichtiger ist einfach, dass du ein Verhältnis zwischen den Akkorden erkennst. Das sind alles Akkorde, die sich in D-Moll befinden. Das sind alles sogenannte leitereigene Dreiklänge. Die bestehen aus Tönen, die ausschließlich in D-Moll vorkommen. Auch B-Dur zum Beispiel ist auch ein Akkord, der heimisch ist in D-Moll. Weil dieses B hier in D-Moll einfach vorkommt. Auch F-Dur zum Beispiel. Und ja, da gibt es ein recht einfaches System, das zu lernen und ein Gefühl zu bekommen für diese Tonart. Und dieses System, diese Methode, die beschreibe ich eben hier in diesem Buch Tonarten meistern ohne Noten. Ich hätte dir auch gerne das Buch von einem Kollegen empfohlen, wenn denn jemand mal so ein Buch geschrieben hätte. Aber ich war immer auf der Suche für meine Schülerinnen und Schüler von Piano University. Und das gab es einfach nicht. Und darum habe ich das einfach jetzt selber gemacht. Es war ein bisschen Arbeit, aber in diesem Buch findest du das alles illustriert. Und vor allem findest du aber auch ein Trainingsprogramm, wie du in diesen Tonarten fit wirst. Und ja, dieses Trainingsprogramm, das kommt mit einem begleitenden Videokurs. Also wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, mir ist es wichtig, dass du Sachen dauerhaft bei mir lernst. Also nicht mit Noten, dass du einmal was lernst und guckst du die Noten drei Wochen nicht mehr an, dann kannst du es wieder nicht mehr. Sondern was du hier bei mir lernst, das lernst du für die Dauer. Also das, was du hier lernst, das wird wie Fahrrad fahren für dich. Also das ist zumindest mein Ziel. Also auch beim intuitiven Klavierspielen so. Und eben, dann haben wir das auch auf dieselbe Art hier bei Tonarten meistern ohne Noten. Darum gibt es den Videokurs. Wenn dich das Ganze interessiert, dann kannst du das Buch oder du nutzt den Link hier unten und kaufst das Ganze als E-Book auf meiner Webseite, dann bekommst du das auch noch ein bisschen billiger. Und ja, alles, was du bei Piano University kaufst, das kriegst du sogar mit einem mehrwöchigen Rückgaberecht. Also selbst dieses E-Book, das habe ich auch so noch nie woanders gesehen, aber auch dieses E-Book, das bekommst du mit einem 30-tägigen Rückgaberecht. Denn ich will nicht, dass du hier was kaufst und dann feststellst, hey, hat mir doch nichts gebracht, komme ich nie wieder. Sondern wenn du sagst, hey, ich habe hier was gekauft, Gordon, und das war einfach, hat mir nicht geholfen, dann kriegst du auch dein Geld zurück. Genau. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, dass ich dir hier ein kleines bisschen weiterhelfen konnte mit D-Moll. Und egal, wo wir uns wieder sehen, entweder hier im Tonartenkurs bei piano.university oder auf YouTube. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Danke, dass du da warst und bis dann.